Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich deinen Fernseher mit einer Wandhalterung wie hier zum Beispiel richtig an die Wand hinhängen kannst, dass das Ganze natürlich auch sicher dort hängt. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall daran. Ich verwende hier als Beispiel jetzt einmal den Wandhalter RICO R23, den ich mir über Amazon gekauft habe. Dieser ist ein relativ massives Teil für große Bildschirme und es ist hier vorne so ein Schwenkarm installiert. Zuerst einmal muss ich aber solche, ich nenne es einfach mal Hakenhalter an meinem Fernseher montieren und dann kann ich das später hier nämlich einhängen. Zuerst einmal solltest du schauen, wo möchtest du deine Wandhalterung für den Fernseher überhaupt hin machen. Hier am besten einfach einmal mit einem Meterstab den Fernseher zum Beispiel ausmessen, die Wand dahinter ausmessen und dann schauen, dass du einmal die Mitte ungefähr anzeichnest, wo der Fernseher danach hingehört. Dann hältst du die Wandhalterung mal an deine Wand, wo du das Ganze festmachen möchtest und markierst dir hier oben mit deinem Bleistift die Bohrlöcher. Hier ist es auch hilfreich, wenn du einfach eine zweite Person dabei hast. Ist um einiges leichter. Bevor ich es vergesse, beim Anzeichnen davor natürlich eine Wasserwaage verwenden, dass das Ganze am Ende auch schön gerade an deiner Wand sitzt. Wenn die Bohrstellen jetzt entsprechend markiert sind, solltest du einmal noch schauen, ob irgendwo in der Nähe vielleicht eine Stromleitung sein könnte. Wenn du hier nicht sicher bist, dann unbedingt ein spezielles Ordnungsgerät verwenden. Das Ganze kannst du anmachen, gehst einmal über deine Bohrstellen hier drüber und wenn das Ganze nicht piepst, weißt du, dass du hier wirklich mit gutem Gewissen bohren kannst und sich dahinter recht sicher keine Strom- oder Wasserleitung befindet. Dann einmal noch die Bohrstellen entsprechend vorbereiten. Wenn es zum Beispiel ein Mauerwerk ist, ganz normal laut Anleitung bohren, eine Düble hinten reinsetzen oder wenn es zum Beispiel eine Holzplatte dahinter ist, dann kannst du hier auch mit einer normalen Holzschraube schön reingehen. Du musst natürlich schauen, dass das Ganze am Ende wirklich bombenfest sitzt. Bei mir, ich habe jetzt hier hinter zum Beispiel Gipskarton und ich habe dahinter keine Holzplatte, sondern nur ein Mauerwerk. Habe ich noch einmal hier vorne ein Holzbrett zum Beispiel hingemacht und dieses Holzbrett ist an dem Mauerwerk hinter der Gipskartonplatte festgemacht, wodurch es auch keine Probleme geben sollte. Jetzt das Ganze einmal mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial hier an der Wand hinten festmachen und unbedingt darauf achten. Lieber ein paar Schrauben zu viel als zu wenig, denn wir möchten ja, dass das Ganze fest dort und sitzt. Die Schrauben übrigens noch nicht ganz festziehen. Diese halten das Ganze hinten jetzt schon relativ schön, danach nochmal eine Wasserwaage drauflegen, damit das Ganze auch wirklich hundertprozentig im Wasser ist und dann können wir mit gutem Gewissen hier einmal das festschrauben. Zur Sicherheit würde ich den Schwenker mal noch ganz ausfahren, danach etwas hier vorne dran drücken und ich denke, mein Fernseher hält das Ding auf jeden Fall aus. Laut Anleitung könnten wir hier vorne diese vier Schrauben mal noch mit einem Imbusschlüssel lösen bzw. lockern und dann die vordere Platte auch nochmal etwas ausrichten, also etwas neigen, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel nicht im Wasser wäre. Doch, wenn ich bei mir hier vorne einmal draufhalte, kann ich erkennen, dass es im Wasser, weswegen ich diesen Schritt auslassen kann. Jetzt müssen wir mal noch unsere zwei Halter für den Fernseher hier etwas präparieren. Hierfür das Ganze einfach mal so hinlegen, dass wenn hier oben dieser eine Haken ist, dass dieser auch wirklich nach oben schaut und diese Schrauben am besten auch einmal so ungefähr hinlegen. Hier kann man wirklich die Betriebsanleitung mal verwenden, denn da sind schöne Bilder vorhanden. Heißt, das ist unsere linke Halterung, das ist unsere rechte Halterung. Hier gebe ich einfach mal die Schraube von innen hier rein, dass die Schraube dann auch wieder hier rausschaut. Danach einfach einmal meine Beilagscheibe von oben drauf und dann hier noch unseren, ja ich sage einfach mal diesen Griff auch leicht drauf schrauben. Und so gehen wir jetzt mit dem anderen Zeug hier auch noch vor. Heißt, diese Schraube und diese Mutter hier gehören noch da außen rein und das Zeug und das da hinten gehören in unserer rechten Halter. Das machen wir jetzt einmal. Meine beiden Halter hier habe ich jetzt richtig präpariert und das Ganze kann ich jetzt mal auf die Rückseite von meinem Fernseher schrauben. Hier dann im Fernseher jetzt am besten einmal umgekehrt auf irgendetwas Weiches legen. Das kann eine Decke sein, das kann der Teppich sein oder wie bei mir jetzt einfach mal das Sofa. Denn wir möchten ja nicht, dass unser Bildschirm auf der anderen Seite hier irgendwie verkratzt wird. Nun befinden sich bei uns auf der Rückseite vier solche Gewinde, wo einmal diese zwei Halter hier festgemacht werden. Hierfür musst du erst einmal die richtige Schraube, also das richtige Gewinde herausfinden. Bei mir ist es jetzt das zum Beispiel, also einfach mal testen. Okay, das Ganze passt von der Größe und diese nehmen wir auch her. Es kann übrigens sein, dass deine Schraube hier etwas zu lang ist. Hierfür einfach mal leicht reindrehen, also nicht gleich mit einem Akkuschrauber und dann schauen, ob das Ganze zu lang ist oder ob es passt. Wenn es zu lang ist, dann nimmst du einfach noch solche Abstandshalter hier, die wo meistens dabei sind und legst diese Abstandshalter dementsprechend unter deine Halterung hier. Abstandshalter benötigst du übrigens auch, wenn dein Bildschirm hier hinten leicht gegrümmt ist. Dann sind diese auch zuverwendende. Bei mir passen sie jedoch jetzt mit zwei so Abstandshalter hier. Danach nehme ich noch so eine Kunststoffbeilagscheibe, gebe diese hier oben drauf. Dann noch das entsprechende Stück aus Metall mit der richtigen Bohrung. Und gebe meine Schraube einmal hier durch und ziehe das Ganze erst einmal nur mit den Fingern an. Nachdem überall jetzt die Schrauben leicht bzw. handfest angezogen sind, kannst du das Ganze einmal noch etwas stärker anziehen. Doch immer daran denken, nachfest kommt ab. Übrigens, diese Feststellschraube hier können wir auch schon hier unten einmal leichter reindrehen. Das Ganze muss wirklich nur anpacken, das reicht erst einmal. Und dann können wir das Ganze hier einmal noch etwas fester schrauben, dass es sich hier nicht mehr hin und her bewegt. Und nun können wir unseren Fernseher einmal an unseren Wandhalter geben. Hierfür den Wandhalter am besten einmal so in die Stellung geben und dann kurz zur Theorie. Wir nehmen unseren Fernseher von vorne, eine Hand unten drunter, eine Hand hält oben. Und dann kippen wir diesen leicht so circa 15 Grad nach vorne und können das Ganze hier oben einmal einhaken. Ich zeige es dir jetzt einmal so mit ausgeschwenkten Armen, dass du es besser sehen kannst. Den Fernseher also schön sicher halten, dann oben leicht nach vorne überkippen und wir können das Ganze hier oben auch schon einhaken. Normalerweise kann er jetzt auch nirgendwo mehr hin. Doch wir tun jetzt hier unten einmal diese Festschraube, die wir gerade noch dran gemacht haben, einmal festschrauben. Dann ist das ganze Ding hier am Fernseher bombenfest montiert. Und diese Schraube jetzt also einfach mal noch mit einem normalen Schraubendreher festziehen. Und wenn diese oben angelangt ist, dann hat der Fernseher keine Chance mehr, dass er irgendwie aus kann. Dasselbe machen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch noch. Um den Winkel des Bildschirms noch zu ändern, ist diese Schraube hier zuständig. Das Ganze also leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann kannst du den Fernseher einmal vom Winkel her ändern. Und zum Feststellen einfach wieder im Uhrzeigersinn festschrauben. Somit haben wir auch schon unseren Flachbildfernseher schön an unserer Wand hinten mit einer Wandhalterung festgemacht. Und das Ganze hält natürlich auch. Wenn dich jetzt übrigens diese Kabel hier unten drunter noch stören und du diese verstecken möchtest, dann zeige ich dir das auch noch in einem extra Video, wie du hier einen Kabelkanal richtig verlegen kannst. Wenn du dir zu Hause jetzt auch so eine Wandhalterung für den Fernseher zulegen möchtest oder vielleicht sogar einen neuen Flachbildfernseher, den Makita Akkuschrauber hier, den wo ich die ganze Zeit verwendet habe, den wo ich wirklich nur jeden ans Herz legen kann, oder auch dieses Ordnungsgerät, dann kann ich dir hier wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Fachgeschäft fahren. Wenn du dir also einen von den unter sieben hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.